Genau, Max Müller, unser Innenverteidiger, ist heute aus berühmlichen Gründen nicht mit dabei. Ist mit dem Arbeitgeber unterwegs, das ließ sich nicht anders da machen. Und dementsprechend haben wir natürlich ein anderes Arbeiten hier und... Oh, schöne Aktion. Riesig gut gemacht von Jonas Arkadian, wie er sich da rumdreht. Auffassen, jawohl. Der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut im Tor. Der kam gut, Jason Breitenbach ist das. Und da hatten sie mit der Zuordnung Schwierigkeiten und dann klingelt es. 14 Minuten gespielt, die Offenbacher sind vorne. Rekord bis jetzt und jetzt schauen wir mal, die Offenbacher kommen wieder. Wieder können wir uns da nicht durchsetzen und Jeryg muss eingreifen. Gut gemacht, hier kommt der Felsen. Wieder zu spät, liebe Zeit und das ist natürlich jetzt gefährlich. Ja, super gefährlich jetzt, genau. Das wird vor allem das Tor jetzt, oder? Ja. Das ist Berlinski jetzt, ne? 2 zu 0 hat sich abgezeichnet hier, leider Gottes. Den werden sie auf dem Schirm haben. Kendall kurz, jawohl. Ja, war verliebt gut. Beste Gelegenheit für unseren FC Astoria-Waldorf. Bisher in Minute, ja, 45 sind es schon. Da hätten wir es fast verpassen. Das ist ja auch voll im Spiels mit Marc Wachs. Ab vier Deckel spielst du da raus. Richtig gut gerade, vorsichtig, jetzt kommt hier die nächste Gelegenheit. Nein. Ja, fein war Rewin. Oh. Oh. Abseits war es, alles gut. Sich ausleben, war auf jeden Fall Quatsch jetzt. Jetzt kommt Jonas erst mal mit. Bisschen Glücklichkeit. Jawohl, macht das super, Jonas. Ja. Oh, Gott. Oh, Riesenschance. Riesenschance, Jonas, super gemacht. Jetzt hat er den Redekopp. Jawohl, macht er gut. André Redekopp. Schutz. Ja. Ja, kein Problem für Brinkis. Macht er nicht und so gesehen ist das Ding weg dann. Barry, Vorsicht. Der hat natürlich die Möglichkeit, den Ball nochmal festzumachen. Macht er super. Gefährlich. Nazarov. Boah. Das war es, die Chance zum 3-0. 90. Spielminute läuft schon. Noch mal gut gespielt auf Jonas. Dann steht nichts weiß, muss er halt rein, der Ball. Ja. Kommt auch rein, aber. Schwierig zu verwerten, sind wir schon auf den zweiten gehen. Gut gemacht. Ambro fragt. Es ist alles zu harmlos, dann im letzten Drittel leider. Der letzte Ball kommt nicht so richtig an, kommt es so richtig nur. Es wird auch nicht mit der Präzension dann gespielt. Ja. 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 Ja.